In diesem Video ein kleiner Rückblick nach Gran Canaria. Es geht zum Black Bess Angeln abends an einen See. Auch dabei mein legendärer Kater Dieter. Viele meiner Guiding Gäste werden sich an ihn erinnern. Natürlich ist er mit nach Norwegen ausgewandert. Zum Barschangeln ging ich eigentlich nur noch zur Erholung und zur Entspannung. Durch den ausufernden Tourismus wurde es auf Gran Canaria aber leider immer schwieriger, einen schönen, ruhigen Spot zu finden. Nach elf Jahren Erfahrung auf der Insel weiß ich aber natürlich, wo er liegt und vor allen Dingen wie man dorthin kommt. In den ersten Jahren, als dies noch erlaubt war, habe ich gern mal einen Barsch für mich oder meine Katze mitgenommen. Heute kann ich ihn mit Süßwasserfisch nur noch abschrecken. Da frisst er sogar lieber Gras. Und hier noch ein paar Fänge vom gleichen Spot. Wo dieser liegt, verrate ich in meinem E-Book Bars Hotspots Gran Canaria, erhältlich auf Amazon auch als Taschenbuch und Hardcover. Die Links zu den Bestellmöglichkeiten findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Die Entspannung wird mental, die Achtung wird abhaft. Im Achtung wird hier auch noch zu schreiben. Jetzt wird es ein Barschangeln, die in der Beschreibung vorhanden. Okay.